Es fehlt nur noch ein paar Socken. Es fehlt nur noch etwas Proviant. Eine Socke habe ich schon mal, aber ich brauche ein paar. Ah, ich will ja nicht wie ein Idiot rumlaufen, wenn ich nach Elysium komme. Und rein damit. Da soll Toni noch mal sagen, ich tue nicht genug für den Haushalt. Ich bin zwar kein Experte, aber ich glaube, das ist tatsächlich Kochwischen. Ich bin zwar kein Experte, aber ich glaube, das ist tatsächlich. Na holla, die Socke hat sich verfärbt. Wer hätte das gedacht? Aber wo ist die andere? Hm, klarer Fall von subtraktiver Farbmischung. Hm, da sind scheinbar noch ein paar Wasabi-Nüsse in den Ritzen. Aber ohne Behälter sammle ich die jetzt nicht an. Und weg damit. Hm, da sind scheinbar noch ein paar Wasabi-Nüsse in den Ritzen. Ich schätze, die sind noch gut als Reise-Proviant. Toll, die sind noch nicht pegen.